Heinz, wir sitzen im selben ICE. Wagen 11? Nein, nicht dein Ernst, oder? Heinz, komm rüber. Nimm deine Klamotten. Ich hab da oben meinen Koffer. Dein Koffer packen wir daneben, dann fahren wir immer einsam nach Aachen. Ja, komm rüber, ich sitze hier, Heinz. Meine Fresse, ey. Bruder, warte erstmal ab. Jetzt ist ja die nächste Station, ist ja Hannover. Warte ab, bis der nächste Strom kommt. Ich halte hier für dich einen Platz frei. Ja, da können wir nämlich zusammenfahren. Das ist ja genial. Ja, die sind hier super freundlich, Heinz. Ich hatte mir so ein Brötchen bestellt, so ein Körnerbrötchen. Aber das besteht nur Korn an Korn. Und das mit meinen Zehen, das kann ich gar nicht richtig beißen. Und dann hat sie mir so ein Arnoldbrötchen gebracht. So ein Laubbrötchen. Total nett, mit Butter. Muss die Kuchen als Saison nicht bezahlen. Das ist von der Bahn, Deutsche Bahn. Ja, die haben guten Ruf. Das ist richtig klasse. Mein Rückenproblem hätte doch ganz gut. Ich entspanne mich. Heinz, ich musste da mal raus zu Hause. Aber ganz seltsam. Ich glaube, ich bin hier in die Vögel-Alarge scheint. Die Minister, wenige Minuten, dann rechnen wir dann auf den Hauptbahnhof. Wir rechnen hier alle morgen in den Anschlussbesüge. Unter anderem einen verspäteten IZE in Richtung Wien. Über Göttingen, Kattel, Welsjörn, Nordberg. 8.30 Uhr. Es ist hoch 9 Uhr. 8.30 Uhr. So wie Sie in Richtung Zürich. Über Göttingen, Kattel, Welsjörn, Nordberg. 8.30 Uhr.